Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Selene's Road to Gold. Ja, und natürlich mit dabei, die liebe Selene. Hallo. Der liebe Tomek. Hallo. Und der liebe Cooper. Ah. Yep. Gut. Ähm, Glass oder Fuse? Äh, Glass. Letzte Runde haben wir ja schönerweise, schönerweise, schönerweise gewonnen. Und das versuchen wir jetzt fortzusetzen. So, Konsulatmeinungen. Also, Selene hat er gesagt, sie findet ihn ja schön. Eigentlich ja. Weitere Meinungen? Ich finde die eigentlich auch ganz okay. Guben. Bestes Kommentar. Ich bin die Kacke. Warum? Ich mag die mir einfach nicht. Keine Ahnung. So, ich setz 5 Euro auf Archiv. Die Frage ist, wenn ich jetzt verliere, wer kriegt die 5 Euro? Wollte ich auch was fragen. Wow. Ich dachte, eigentlich jetzt kommt das Kommentar. Ja, jeder von uns kriegt dann ein Punkt. Ja, Selene ist ein Egoist. Nein. Nein. Äh, der ist unten, unten, Gedöns hier. Ähm, ne? Garage? Ja, Garage. Ich hab nicht gewettet, Nathan. Hat irgendjemand was gehört? Also, ich nicht. Upsi. Salami. Ich sag, ob sie, er sagt Salami. Was ist denn los? Willst du eine Salami-Parte? Was ist denn falsch mit dir? Eine Obstsalami. Ja, Obst und Salami passen doch super zusammen. Ja, definitiv. Trinken. So, er denkt an Spawn-Peak, ne? Schönes Pre-Fire. Achtung, ich glaub, die Bitchen von oben. Nee, doch nicht. Enter? Nein, nein, alles gut. Also, Mira haben die definitiv hier einen Remover platziert. C4. Schönes Pre-Fire. Da war ein Mute, den hab ich weg. Scheiße, Bandit. Le-Ele. Hinterm weißen Van, seh ich erstmal nix. Okay. Warte mal, ich guck mal, ob meine Drohne noch am Start ist. Mira ist da hinterm weißen Van. Jep. Okay. Dein Ernst? Sorry. Ach gut, alles gut. Warte, Drohne geht rein. Noch ein bisschen mehr Drohne hier. Alter. Na, einer hat da ein Peaking-Loch. Ella ist oben. Und der hockt da in dem Aufenthaltsraum. Frost. Frost, Mojo. Also, sie sind echt bar an die Schüler. Ella. Ella, Yellow. Grass. Warte. Renn-P-Kate. Dann schnapp. Wow! Die Schüler. Was sind mit guck. Für dich, was ist die Schüler. Was ist die Schüler? Was sind mit der anderen Land? O-rschoss. immer noch die frage ist wo es muss kuschen jawohl ich dachte schon faktor der erste schuss hat vielleicht geschichten aber der zweite dritte nicht mehr so archiv würde ich sagen hat er ich jetzt ja habe ich ich mich da an euch auch ich werde mir spielen aber ich habe keine aufsätze für die waffen soll ich muten ja bitte wäre nicht schlecht hoffentlich bin ich schnell genug schaffst du eine drohne habe ich sehr schön weite drohne durchgekommen habe ich sehr schön ich platziere hier wo bin ich noch wende ja ja kriegst du weiße dropper oben ne ja verdammt schaffe ich das noch also nicht da haben wir zu der drop ist zu wo ist er noch ein drop da hinten hast du ich dachte schon halt da schon ist die hibana da wir haben mich ausgesperrt warte kommt da hinten ist auch zu ja aber da kann man schneller aufmachen scheiße steht das schild ja warte 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 karsel wir wieder die wall again thanks mate ne switch tone down das war schon die zweite als zwei stehen haupttreppe also diese wände ist erst also im grunde dürfte nix fehlen die kommen nirgends rein moment acht ihr dropp da ist ja nicht schwimmen könnt ihr ab einer kommt hinten rum oh nein über dir über dir über dir über dir einer kommt da bei kessel rum ok das war nichts also ich weiß nicht wohin ist gefloppt ah scheiße IQ habe ich habe ich habe ich was bei kessel camps sind gehackt fuuuuuck main lobby ist einer drin loll btf btf ok nächstes mal pick my administration achso ich muss ja noch hier swat spielen fb find the biohazard container location fb btf unten oh oh wieder garagen ja alter ich habe das ding gesehen und es wird nicht aufgedeckt was soll die scheiße das 10 Sekunden bevor insertion boja runny sie insertion in 5 Sekunden biohazard container location unknown biohazard container gucken wir haben sie diesmal hier nicht mut ist weg bandit oh ne schuss alter bandit ist richtung yellow gerannt mit Mit dem Van? Mhm Hey, mein AIM stimmt heute überhaupt nicht Nice Ich droh'n White Wayne is clear Ella is yellow stairs Ella yellow stairs Der Spot is clear Frost is kitchen Ich hab's ja doch voll erwischt, was soll die Kacke? Ja klar, ich bin voll auf ihrem Kopf drauf und ich sterbe Danke Ubisoft Und vor allem stand die bei mir nicht da Aber okay Boah, ist das lächerlich Was ist das? Ach scheiße, ich kann Pulse nicht spielen, aber ich... Egal Ich versuch's mal Ich versuch's aber eigentlich, Wofu Ja, wenn man's spielen kann schon Ja, warum experimentierst du dann? Ja, weil ich ja sowieso, äh, hier... Gedöns machen muss, die... die FBI's wollen Ja, aber im Ranked experimentieren? Was kannst du dann Casualing machen? Ja, klar Komm YOLO Ja, YOLO Wir wollen ja nur Stilin auf Gold bringen, aber YOLO Willst du jetzt behaupten, dass ich daran schuld bin, wenn wir sie nicht auf Gold kriegen? Nee Ja, weil du nicht die Operator spielst, die du kannst Ich, der, der... Achso, ich steh... Gut, ich steh knapp 100 hier So Und wie viele Kills hast du? Alter, läuft... Ja... Viel mehr als du Ja Gleich einen mehr Guck mal, da hat ein Teamkiller aber läuft Wow Da hat ein Teamkiller... Hui Okay Hab irgendeinen schon gut angefrackt? Er kommt über Visa Da ist doch schon Affen Ja, klar! Fick dich! Mann! Scheiß Twitch Drohne Das ist ein Scheiß! Am Windau Bistro... Halt an... Bistro... Ach... Das ist ein Scheiß! Wer braucht hier? gut gespottet hier ist alles zu ich werde die ganze zeit gespottet ich muss rotieren die kommen hier ab die drohne im flur oben keine ahnung wer wer das hat ausgesehen wie echo sorry ich weiß falsch aber könnte hibana gewesen sein ich weiß so nein 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 ist doch nicht dein ernst big door on the side hibana very low left side hört er das nicht spannung ich hab's gut job schönes paket da war der war richtig schnell drauf guck mal man hat ihn nur gesehen fub aim ist da holy crap so tommy bitte keine experimente mehr wir wollen gewinnen 0 2 4 ja gut moment mal was haben wir denn hier schlechter ja ich bin ich immer scheiße das also theoretisch müssten wir das hast du das hast du nina stream hast du das gesehen ich habe anfangs ging es aber dann ja irgendwann ist ja irgendwann ist halt die luft raus ne aber dieser wir müssen diesen aquara rausnehmen der ist richtig scheiße ohne witz ja der aquara ja der ist ja richtig gut der hat richtig an ja alles was besser ist als ich hackt alles ist alles was besser ist als ich hackt 2018 doch die sind unten in diesem äh wie ist der Raum genau ja gut was halt ne ach was los ups ups was los 10 seconds to go 10 seconds gut ich weiß er nicht insertion in 5 seconds die obwohl ne warte mal hä schnell geh geh ich wollte einige von anderswo wieder nicht mehr nach oben da hängt dieser typ wieder bei gott so der drop administration ist zu der ist ja schon offen geil der ist ja schön gemacht nur noch einer und du hast genau den richtigen rausgeholt visa ist clear die 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 sind ist ja da ist es gibt es einfach gar nicht nicht ihre half-life on-spot watch out frost traps sehr schön ist Dings immer noch oben? ne ne, Kavira ist tot fuck, wir müssen rein stop securing the container muss hin neun oh neun warte oh, die gehen wir haben uns zu viel Zeit gelassen Kamek? weißt du eigentlich wie man seine MAC Adresse zurücksetzt? eine MAC Adresse ist was Festes das ist Hardware mäßig da kannst du nichts ändern dran kann ich gar nichts dran ändern? du kannst mit dem MAC Sniffer kannst du die virtuell verändern aber nur Übergangsweise also die ist fest in die Hardware integriert warum willst du seine MAC ändern? weil ich ja in Tarkov gebannt wurde und anscheinend haben die meine MAC Adresse gebannt das wirst du schwierig umgehen können weil wenn ich über das Handy auf der Arbeit einen Account mache dann wird der nicht gebannt wenn ich mir so hier zuhause einen Account mache ist der instant auch gebannt also selbst auf dem Account ne Möglichkeit das zu gehen wäre wenn du versuchst das ist allerdings jetzt wirklich nur eine Idee und ich weiß nicht ob das wirklich funktioniert dass du dir eine zweite Netzwerkkarte holst weil diese hat eine andere MAC Adresse und dass du es über die dann versuchst ich vermute aber eher dass sie deinen Router gebannt haben weil dein Router gibt die MAC Adresse weiter ok ja ok die Adresse vom Router kann ich ja ändern die MAC Adresse vom Router kannst du nicht ändern auch nicht ok ne du kannst keinerlei MAC Adresse dauerhaft ändern du könntest rein theoretisch umflashen aber selbst das ist dezent schwierig weil ich finde das krass also das Ding ist ja ich habe ja nichts gemacht und habe halt ein Bank kassiert so aber die sind übelst unkooperativ und reden halt nicht mehr miteinander ich könnte mir das Game auch kaufen selbst weil ich obwohl ich gebannt bin könnte ich mir das Game kaufen auch mit dem gebannten Forum Account halt so jetzt ist die Frage ist mein Account dann einfach gebannt wir sind glaube ich Visa schon ich habe noch eine Drohne ich habe noch eine Drohne ich habe noch eine Drohne wie war noch eine Drohne ist die Frage ich habe noch eine Drohne ich habe noch eine Drohne ich habe noch eine Drohne von Stairs oder was Ja Stairs hinten die kleinen Da ist Satcher und Twitch. Und oben Main Lobby, oder... Nee, Konsolempfang, da ist gerade auch einer rumgeschlichen. Leutner! Als ob da eine Claymore lag. Twitch ist in der Kitchen. Wie ist der Trompe? Hm. Äh, im Flur, im Hauptflur ist jetzt jemand. Hab nicht gesehen, wer. Wow, ich krieg den Typen einfach nicht tot. Jedes Mal derselbe. Der ist getroppt. All Friendlies were eliminated. Mission Failure. Oh, nicht mal eine Glanzrunde jetzt. Ey, von 4 Matches haben wir 3 auf die Fresse bekommen. Das kann's nicht sein. Ja, gibt's so Tage leider. Ja, das wird schon seit 2 Tagen so. Ne, vor allen Dingen Silber 3, ey. ETF. Das kann ich euer Ernst in dieser Stelle. Na gut, Leute, dann war's das an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.